hallo liebe zuschauer daheim an den empfangsgeräten ich melde mich hier aus dem herzen der finsternis besser bekannt unter dem namen lemgo ein trauriges kleines kaff mitten im nichts dieser kleine ort hier ist eigentlich für nichts weiter bekannt außer für seine vorbildliche hexenverbrennung in der renaissance und was mache ich hier ich sitze im büro meiner eltern und langweilen mich ja viel spaß noch